Während die Deutsche Reichsbahn vor der größten Aufgabe steht, die ihr bisher gestellt wurde, die Versorgung der deutschen Wehrmacht und der gewaltigen Kriegswirtschaft, bricht über Europa der härteste Winter herein, den die Geschichte des europäischen Eisenbahnwesens zu verzeichnen hat. Selbst die unter Dampf stehenden Lokomotiven versagen bei 35 Grad Kälte. Die vereisten Weichen müssen freigelegt werden. Das Weichengestänge wird durch ein besonderes Auftauberät dankbar gemacht. Die Rangierer müssen die Hemmschuhe anwärmen. Auf dem Rangierberg bleiben die Wagen, in deren Lagern das Öl steif wird, stehen, sodass der ganze Rangierbetrieb zum Stillstand kommt. Die Wasserversorgungsanlagen müssen ständig mit offenen Feuern erwärmt werden. Die Wagenkupplungen werden mit Dampf aufgetaut. Auf freier Strecke müssen die Gleise unter meterhohen Schneeverwehungen freigeschaufelt werden. Die Signaldrahtzüge liegen zwischen hohen Schneewellen. Schneepflügel machen die Gleise frei. Es ist der Reichsbahn nicht möglich, allen Bedürfnissen des Reise- und Güterverkehrs zu entsprechen. Aber der Betrieb wird im Kampf gegen die Natur aufrechterhalten. Für das Lokomotivpersonal werden heiße Getränke ausgegeben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017